Hallo und herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auch mal eins. Ich wollte mal wissen, auf was die Leute so stehen. Ihr könnt mir ja posten in YouTube, was es steht. Was sie so mögt. Ihr könnt mal schauen, ob ich da was für euch habe. Ein Spiel oder was ihr halt wollt. Oder die Schatzkammer sein. Ihr könnt mir halt sagen, was mein Anliegen ist oder so. Na gut, das war es eigentlich schon.